Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 Im Sturm von drinnen in einer Tür, da schluckt uns Schnee, geht da unten nur. Im Sturm von drinnen in einer Tür, da schluckt uns Schnee, geht da unten nur. Er trugt im Stall den Gwassbock drückt, der blirrg und meckert wie verrückt. Er war ja zuvruggt betrumbenand, die Siser schon war die Schand. Der Teifi hockt ihn rauf und drinnen, der hockt ganz gewiss nichts scheiß im Sinn. Und um am Schraut, da frisst er dort in seiner Nau der Brinkelbrot. Und um am Schraut, da frisst er dort in seiner Nau der Brinkelbrot. Ihr lieben Leute, es ist ein Graus, es spuckt in jedem Bauernhaus, In jedem Dorf bei uns im Wald, Geistherz in mancherlei Gestalt. Da lüft uns und trägt Schabernack, nicht nur bei Nacht, nein auch beim Tag. Das ist wirklich wahr, es ist ein Graus, da weihert's Sinn an jedem Haus. Das ist wirklich wahr, es ist ein Graus, da weihert's Sinn an jedem Haus. Das ist wirklich wahr, es ist ein Graus. 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 Das 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 ist ein Graus. Untertitelung des ZDF, 2020